Also die Gesellschaft quasi als Materie, als naturwissenschaftlich zu untersuchenden Gegenstand gesehen. Wir haben Systeme und Funktionen, also Kriminalität zum Beispiel war bei ihm jetzt nicht, ihm nicht jetzt Menschen, die irgendwie aus der Bahn geworfen werden oder so, aus psychologischen Gründen, sondern Kriminalität hat eine Funktion bei ihm. Nämlich, es ist das Schaufenster der Normen. Normen braucht man, um Systeme stabil zu halten und damit die Normen auch allen sichtbar werden, braucht man Kriminelle. Also es ist völlig inhaltslos, was nun kriminell ist oder nicht, das spielt da keine Rolle, sondern es muss irgendwie definiert werden, dass irgendwas kriminell ist. Und das so diese Funktionsebene, dieses Gebastle, also lauter Schräubchen in einer Gesellschaft, aus ihm entsprang so dieser statistische Zweig. Der wollte Soziologie hauptsächlich erklärend darstellen und mit seiner berühmten Selbstmordstudie hat er das dann getan. Da hat er geguckt, warum bringen sich Leute um? Und das wollte er nicht in den Köpfen der Leute finden, sondern so aus sozialen Tatbeständen, aus gesellschaftlichen Gründen. Und da fand er, dass Leute, die nicht gut eingebettet sind in ihr soziales Umfeld, dass die sich öfters umbringen. Also bei Katholiken, die waren recht fest, hatten feste Normen und Werte und waren fest eingebettet und die brachten sich nicht so viel um wie die Protestanten, wo die Normen in so einem anomischen Prozess im Vergleich mit den Protestanten verfallen. Und so hat er dann Selbstmord erklärt. Und das war halt was Neues. Aber es ist doch, glaube ich, auch das Interessante, dass natürlich jeder Mensch, der Selbstmord begeht, dann auch, dass wir Dürkheim nichts in Abrede gestellt haben oder hatte auch nicht, dass der natürlich seine persönlichen Gründe dafür hat, warum er sich jetzt selbst umbringen muss, die aber für die große Zahl gar keine Rolle spielen. Weil diese Gründe, wie auch immer sie auffallen, die kamen unter bestimmten sozialen Umständen, kommen die einfach gehäuft vor und manifestieren sich dann in entsprechend hohen Selbstmordzahlen. Ja, und wenn du sagst, oh, den einen heilst du sozusagen von seinem Selbstmordbestreben, dann findest du einen anderen, der aus dem Fenster spricht. Genau, Pause.